wo wir mal sehen wir haben mit lane any tatsächlich dachte erst wir haben johon ich glaube schon ein bisschen gezittert ich weiß ja nicht wie gut any ist gegen nun aber eigentlich muss any gut sein gegen nun eigentlich müssen sie stark sein gegen mich weil sie halt einfach mal ein und die wächst dann kann man nicht wenn twitch kommen ich denke ich so dennoch hauen du lass das aber ich habe ja eigentlich auch guten sustain durch meine q ich würde sie gerne einmal schnappen aber jetzt hat sie uns dann aufgeladen geht train kann es aber ziemlich gut ich meine trade habe ich komplett gewonnen hier habe ich gleich mal eine dritte fähigkeit jeder ist nämlich das ding wenn ich jetzt an rolle dann wirft es einfach ihre ihre q rein und dann war es das mit uns war nicht gereicht ein auto tag fehlt nein jetzt hat er noch da ich habe ein auto gefehlt ich habe ein auto gebraucht für für elektro typ rock das ist zu bärten wir haben ja nicht so haupt genommen gehabt na to bad guys so das ist natürlich echt unvorteilhaft gewesen es hat ein auto tag gefehlt für meine elektro prog dann wer die dead man kann auch nicht ganken leider die mal kurz weg hier die lassen wir in ruhe ich daneben geworfen ich glaube schon ich glaube ich habe daneben geworfen ließen ließen wie du da kriegst sie weg nein nicht so weg kicken ich hätte was auf ich jetzt noch joni war botlein so wir hätten ihn fast oben bekommen aber ich glaube der gericht heute in dem moment reicht das eigentlich bis oben weil die zeit ist ja viel viel länger ich glaube nicht oh hat sein kühler neben geworfen er hat sein kühler neben gehauen stabilisieren nur deine lane keine sorge keine zeit keine zeit keine zeit ich habe es auf essen der raus hat die umgarde geultet ich bin mir nicht sicher wo ist der darius da 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 Aua. You got me. Aber wir haben getradet. Und wir haben den Harriot bekommen. Und der Typ ist dead. Das war schon ein sehr guter Trade. Oh, Annie ist auf die Bot geräumt. Der Trade war schon in Ordnung, würde ich sagen. Ein Contest Harriot bekommen. Ich muss jetzt nur irgendwie einen guten Winkel finden, dass wir hier auf die Botline kommen. Und so, Aatrox, Leute. Oh. Na ja, ich kann das nicht machen. Oh, Lisa. Komm zu mir. Komm in den Busch. Keine Sorge. Ich helfe dir. Ich helfe. Ich helfe. Ich helfe. Äh. Äh. Vielleicht kann auch der andere noch da sein. Ich glaube, wir haben uns selbst getreuert, dass wir die Schuhe so früh gekauft haben. Aber ich glaube, wir haben uns selbst getreuert mit den Schuhen. Die hatten wir nicht holen dürfen. Ich bin jetzt auf den Schuhen. Ich habe dich hergestellt. Aber du hast die Schuhe so früh. Ich bin jetzt auf den Schuhen. Ich bin jetzt auf den Schuhen. Ich habe es drüber geblasen. Ich bin jetzt auf den Schuhen. Ich habe es auf den Schuhen. der ist so gefeiert holy moly was machen wir gegen den ganz schön ganz schön fett lauter hat jetzt ein kleines problem wird stimmt nun wird gesniped die welt gestorben so ist ja auch der joni ist ein minimales problem hier aber die mitte jetzt kein fleischer jones wieder mitte ich habe gerade gesehen an ist darius auf jeden fall geflasht töten der ist zu gefiltert der war dann auch zu hart gefiltert von dem athrox hat den so hart gefiltert und jetzt hat gedacht er geht auf k clube den weg wir haben er den wickel kriegt leider nicht hier das zu eng geben kommt mal raus pushen schnappen gehen mal super schneeball leute der ist einer p die swan einer ps der lümmel der winkel ist zu steil oder darauf hauen hier wenn die fläche stimme die daumen dort der kick war weg welcher so gewesen hätte ich weiß nicht was wir machen sollen leute ich würde fliehen einfach das will ich tippe was essen bloßmann wir können wir nichts machen habe ich das gefühl das ist auch nur die unsere zeitlehrer die so wenig gold hat das eigentlich nur seit länder das gefühl habe das weg bevor ich da bin mal hier mit hier jetzt habe ich sie getroffen habe na gut was weg ich werde das besen wir wissen nicht wo hat er wo links ist noch wo ist der region ist noch nicht hier gold mäßig holen wir gerade wieder auf sehr gut ist mein schneeball da kann ich halt einfach bleiben macht aber nicht sehr gut nein du darfst nicht feiten du darfst ihn doch nicht feiten ich war den aber hat keine ultimate ich habe sie gerettet ich habe sie gerettet mein flash jones mein hard counter wollen wir auch mal sehen hier nice coming flash wir einfach mal wie einfach mal die flash ist und von den gegnern bekommen mit dem champion hier das ganz lustig gerade blühe gut 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 noch mal schnell auf die kommt von die ihr wahrscheinlich Uh, die sind am Baron, oder? Ohne Varus am Baron weiß ich nicht. Ohne Varus weiß ich ja nicht. Schneeballattacke. Es ist ja nicht, wen wir hier am besten töten. Ich würde, ich gehe mal 2000 Gold ausgeben. Es ist ja nicht, wen wir am besten töten hier. Die sind da drin, warte. Wir rennen in Annie rein, die haben wir doch gesehen. Ich lasse den Tibbers auf. Wir haben die doch gesehen und der ADC hat gefacecheckt. Immer wieder schön sowas, hm? Ohne Varus. Der ADC hat einfach gefacecheckt, obwohl wir Annie gesehen haben. Wir nehmen das. Was sagt man dazu? Oh, schon dead. Good job, Team. Ah. GGs. Wir haben alles versucht. Am Ende hat es die ADC runtergerannt, ne? Mit dem Facecheck. Wir haben alles versucht. Blasting World. Drei Dragon Gegner Team. Ein mit das größte Problem ist halt Arthrox, ne? 9000 Gold. Der Facecheck von der. Ich habe doch mitgegeben sollen. Ist ja schon wieder tot. Schon wieder dead, Leute. Die alle dead. 8 Uhr oder ich habe 9. Ich schreibe was ab. GGs. So. Okay, geht's. Okay.